Jo Freunde, in diesem Video mache ich einen neuen wöchentlichen Auftrag, Woche 3, der letzte Auftrag und zwar Überlebe Sturmphasen 25, bekommen wir 50.000 XP und darf ich sagen, fahren wir direkt an mit dem Auftrag. Ja Leute, also ist die Zone, kommt ihr ja gerade und ihr seht hier den weißen Kreis. Wenn der lilanen Kreis den weißen Kreis berührt, dann wird der weiße Kreis an irgendeinen anderen Ort, der wird kleiner Und dann, wenn dieser lilanen Kreis an den weißen Kreis rangekommen ist, dann habt ihr eine Sturmphase, ihr seht, Sturm, 1 von 5 Und hier steht auch Schaden, also in 2 Minuten kommt die erste Sturmphase und dann, also hätten wir dann auch 10 von 25 Und das Ganze müsst ihr in jedem Match, gibt es 5 Sturmphasen und ja, also ihr müsst 5 komplette Matches spielen, also 5 verschiedene Matches Um den Auftrag abzuschließen, denn ihr braucht 5, 25 Sturmphasen und ja Leute, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die eine Sturmphase erreicht haben So Leute, in 7 Sekunden haben wir die erste Sturmphase erreicht, so und zack, ihr seht, somit haben wir auch 10 von 20, 25 So, es hat gezählt und das Ganze müsst ihr so lange machen, bis ihr den Auftrag abgeschlossen habt Ich empfehle euch den Gruppenkeimmodus zu spielen, denn da geht es sehr, sehr schnell Und ja Leute, dann würde ich sagen, kehren wir zurück zur Lobby Und ja Leute, somit habt ihr dann auch alle wöchentliche Aufträge Woche 3 abgeschlossen Und ja Leute, ich hoffe, dass ihr euch gefallen habt, habt euch gefallen, lasst gerne ein Like, abonniert gerne meinen Kanal Lasst euch ein Like, die bis kein Video mal verpasst Dann würde ich sagen, war schon mit dem Video und ciao Haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, tschüss, tschüss Bis zum nächsten Mal